Hans Falladar Kleiner Mann, was nun? Geschwätz in der Nacht von Liebe und Geld Pinneberg hat seinen Zug sausen lassen. Er kann auch morgens um vier fahren, dann ist er immer noch rechtzeitig im Geschäft. Die beiden sitzen in der dunklen Küche. Drinnen in der einen Stube schläft Herr, in der anderen Frau Mörschel. Karl ist in eine KPD-Versammlung gegangen. Sie haben zwei Küchenstühle nebeneinander gezogen und sitzen mit dem Rücken nach dem erkalteten Herd. Die Tür zu dem kleinen Küchenbalkon steht offen, der Wind bewegt leise den Schal über der Tür. Draußen ist, über einem heißen, radio-lärmenden Hof, der Nachthimmel, dunkel mit sehr blassen Sternen. Ich möchte, sagt Pinneberg leise und drückt Lämmchens Hand, dass wir es ein bisschen hübsch hätten. Weißt du, er versucht es zu schildern, es müsste hell sein bei uns und weiße Gardinen und alles immer schrecklich sauber. Ich verstehe, sagt Lämmchen, ich verstehe, es muss schlimm sein bei uns für dich, wo du es nicht gewöhnt bist. So meine ich es doch nicht, Lämmchen. Doch, doch, warum sollst du es nicht sagen? Es ist doch schlimm. Dass sich Karl und Vater immer zanken, ist schlimm. Und dass Mutter und Vater immer streiten, das ist auch schlimm. Und dass sie Mutter immer um das Kostgeld betrügen wollen und dass Mutter sie mit dem Essen betrügt. Alles ist schlimm. Aber warum sind sie so? Bei euch verdienen doch drei, da müsste es doch gut gehen. Lämmchen antwortet ihm nicht. Ich gehöre ja nicht rein hier, sagt sie stattdessen. Ich bin immer das Aschenputtel gewesen. Wenn Vater und Karl nach Haus kommen, haben sie Feierabend. Dann fange ich an mit Aufwaschen und Plätten und Nähen und Strümpfe stopfen. Ach, es ist nicht das, ruft sie aus. Das täte man ja gerne. Aber dass das alles ganz selbstverständlich ist und dass man dafür geschubst wird und geknufft, dass man nie ein gutes Wort bekommt und dass der Karl so tut, wie wenn er mich miternährt, weil er mehr Kostgeld zahlt als ich. Ich verdiene doch nicht viel. Was verdient denn heute eine Verkäuferin? Es ist ja bald vorbei, sagt Pinneberg, ganz bald. Ach, es ist ja nicht das, ruft sie verzweifelt. Es ist ja alles nicht das. Aber weißt du, Junge, sie haben mich immer richtig verachtet. Du Dumme, sagen sie zu mir. Sicher, ich bin nicht so klug. Ich verstehe vieles nicht. Und dann, dass ich nicht hübsch bin. Aber du bist hübsch. Du bist der Erste, der das sagt. Wenn wir mal zum Tanz gegangen sind, immer bin ich sitzen geblieben. Und wenn dann Mutter zum Karl gesagt hat, er solle seine Freunde schicken, hat er gesagt, wer will denn mit so einer Ziege tanzen? Wirklich, du bist der Erste. Ein unheimliches Gefühl beschleicht Pinneberg. Wirklich, denkt er, sie sollte mir das nicht so sagen. Ich habe immer gedacht, sie ist hübsch. Und nun ist sie vielleicht gar nicht hübsch. Lämmchen aber redet weiter. Siehst du, Jungchen, ich will dir ja nichts vorjammern. Ich will es dir nur dieses einzige Mal sagen, dass du weißt, ich gehöre nicht hierher. Ich gehöre nur zu dir. Zu dir allein. Und dass ich dir ganz furchtbar dankbar bin, nicht nur wegen des Murkels, sondern weil du das Aschenputtel geholt hast. Du, sagt er, du. Nein, jetzt noch nicht. Und wenn du sagst, wir wollen es hell und sauber haben, du musst ein bisschen geduldig sein. Ich habe ja nie richtig kochen gelernt. Und wenn ich etwas falsch mache, dann sollst du es mir sagen. Und ich will dich nie belügen. Nein, Lämmchen, nein, es ist gut. Und wir wollen uns nie, nie streiten. Oh Gott, Junge, was wollen wir glücklich sein, wir beide allein. Und dann der dritte, der Murkel. Wenn es aber ein Mädchen wird? Es ist ein Murkel, sage ich dir, ein kleiner, süßer Murkel. Nach einer Weile stehen sie auf und treten auf den Balkon. Ja, der Himmel ist da über den Dächern und seine Sterne in ihm. Sie stehen eine Weile schweigend, jedes die Hand auf der Schulter des Anderen. Dann kehren sie zu dieser Erde zurück, mit dem engen Hof, den vielen hellen Fensterquadraten, dem Jazzgequäk. Wollen wir uns auch Radio anschaffen? fragt er plötzlich. Ja, natürlich. Weißt du, ich bin dann nicht so Mutterseelen allein, wenn du im Geschäft bist. Aber erst später. Wir müssen uns so furchtbar viel anschaffen. Ja, sagt er. Stille. Junge, fängt Lämmchen sachte an, ich muss dich was fragen. Ja, sagt er unsicher, aber sei nicht böse. Nein, sagt er. Hast du was gespart? Pause. Ein bisschen, sagt er zögernd. Und du? Auch ein bisschen und ganz rasch, aber nur ein ganz, ganz klein bisschen. Sag du, sagt er. Nein, sag du zuerst, sagt sie. Ich, sagt er und bricht ab. Sag schon, bittet sie. Es ist wirklich nur ganz wenig, vielleicht noch weniger als du. Sicher nicht. Doch, sicher. Pause. Lange Pause. Frag mich, bittet er. Also, sagt sie und holt tief Atem, ist es mehr als... Sie macht eine Pause. Als was? Fragte er. Ivo, lacht sie plötzlich. Soll ich mich genieren? Hundertdreißig Mark hab ich auf der Kasse. Er sagt stolz und langsam, vierhundertsechzig. Vierhundertsiebzig. Au, fein, sagt Lämmchen. Das wird gerade glatt. Sechshundert Mark. Junge, was ein Haufen Geld. Na, sagt er, viel finde ich es ja nicht. Aber man lebt schrecklich teuer als Junggeselle. Und ich hab von meinen hundertzwanzig Mark Gehalt siebzig Mark für Kost und Wohnung abgeben müssen. Dauert lange, bis man so viel zusammengespart hat, sagt er. Schrecklich lange, sagt sie. Es wird und wird nicht mehr. Pause. Ich glaub nicht, dass wir in Ducharow gleich eine Wohnung kriegen, sagt er. Dann müssen wir ein möbliertes Zimmer nehmen. Da können wir auch für unsere Möbel mehr sparen. Aber ich glaube, möbliert ist schrecklich teuer. Also lass uns mal rechnen, schlägt er vor. Ja, wir wollen mal sehen, wie wir hinkommen. Wir wollen rechnen, als ob wir nichts auf der Kasse hätten. Ja, das dürfen wir nicht angreifen, das soll ja mehr werden. Also, 180 Mark Gehalt. Als Verheirateter kriegst du doch mehr. Ja, weißt du, ich weiß nicht. Er ist sehr verlegen. Nach dem Tarifvertrag vielleicht, aber mein Chef ist so komisch. Darauf würde ich keine Rücksicht nehmen, ob er komisch ist. Lämmchen, lass uns erst mal mit 180 rechnen. Wenn's mehr wird, ist es ja nur schön, aber die haben wir doch erst mal sicher. Also schön, stimmt sie zu. Nun erst mal die Abzüge. Ja, sagt er, an denen kann man ja nichts ändern. Steuern 6 Mark und Arbeitslosenversicherung 2 Mark 70 und Angestelltenversicherung 4 Mark und Krankenkasse 5 Mark 40 und die Gewerkschaft 4 Mark 50. Ja, deine Gewerkschaft, das ist doch überflüssig. Pinneberg sagt etwas ungeduldig, das lassen wir erst. Ich hab von deinem Vater genug. Schön, sagt Lämmchen, macht 22 Mark 60 Abzüge. Fahrgeld brauchst du nicht? Gott sei Dank, nein. Bleiben also erst mal 157 Mark. Was macht die Miete? Ja, ich weiß doch nicht. Zimmer und Küche möbliert sicher doch 40 Mark. Sagen wir 45, meint Lämmchen. Bleiben 112 Mark 40. Was denkst du, brauchen wir fürs Essen? Ja, sag du mal. Mutter sagt immer, 1 Mark 50 braucht sie für jeden am Tag. Das sind 90 Mark im Monat, sagt er. Dann bleiben noch 22 Mark 40, sagt sie. Die beiden sehen sich an. Lämmchen sagt ganz schnell, und dann haben wir noch nichts für Feuerung und nichts für Gas und nichts für Licht und nichts für Porto und nichts für Kleidung und nichts für Wäsche und nichts für Schuhe und Geschirre muss man sich auch manchmal kaufen. Und er sagt, und man möchte doch auch mal ins Kino und am Sonntag einen Ausflug machen und eine Zigarette rauche ich auch ganz gerne. Und sparen wollen wir doch auch was. Mindestens 20 Mark im Monat, 30. Aber wie? Rechnen wir noch mal. An den Abzügen ändert sich nichts. Und billiger kriegen wir kein Zimmer und Küche. Vielleicht 5 Mark billiger. Naja, ich will mal sehen. Eine Zeitung möchte man sich aber auch halten. Sicher. Können wir nur am Essen sparen. Nun gut, 10 Mark vielleicht ab. Sie sehen sich wieder an. Dann kommen wir noch immer nicht aus. Und an Sparen ist auch nicht zu denken. Du, sagt sie sorgenvoll, musst du immer Plättwäsche tragen? Die kann ich nicht selber plätten. Doch das verlangt der Chef. Ein Oberhemd kostet 60 Pfennig Plätten und ein Kragen 10 Pfennig. Macht auch wieder 5 Mark im Monat, rechnet sie. Und Schuhe besohlen. Auch das, ja, das ist auch gemein teuer. Pause. Also rechnen wir noch mal. Und nach einer Weile? Also streichen wir vom Essen noch mal 10 Mark ab. Aber billiger als für 70 kann ich es nicht. Wie machen es denn die anderen? Ja, ich weiß auch nicht. Furchtbar viel haben doch noch eine ganze Ecke weniger. Ich verstehe das nicht. Da muss irgendwas nicht richtig sein. Lass uns noch mal rechnen. Sie rechnen und rechnen. Sie kommen zu keinem anderen Ergebnis. Sie sehen sich an. Weißt du, sagt Lämmchen plötzlich, wenn ich heirate, kann ich mir doch meine Angestelltenversicherung auszahlen lassen. Aufein, sagt er, das gibt sicher 120 Mark. Und deine Mutter, fragt sie, du hast mir nie von ihr erzählt. Da ist doch nichts zu erzählen, sagt er kurz. Ich schreibe ihr nie. So, sagt sie, ja dann, wieder Stille. Sie kommen nicht weiter, also stehen sie auf und treten auf den Balkon. Es ist fast alles dunkel geworden im Hof, auch die Stadt ist still geworden. In der Ferne hört man ein Autotuten. Er sagt in Gedanken verloren, Haarschneiden kostet auch 80 Pfennige. Oh, du, lass, bittet sie, was die anderen können, werden wir auch können, es wird schon gehen. Hör nochmal zu, Lämmchen, sagt er, ich will dir auch kein Hausstandsgeld geben. Zu Anfang des Monats tun wir alles Geld in einen Topf und jeder nimmt sich immer davon, was er braucht. Ja, sagt sie, ich habe einen hübschen Topf dafür, blaues Steingut, ich zeige ihn dir noch, und dann wollen wir furchtbar sparsam sein, vielleicht lerne ich noch Oberhemden Plätten. Fünf Pfennig Zigaretten sind auch Unsinn, sagt er, es gibt schon ganz Anständige für drei. Aber sie stößt einen Schrei aus, oh Gott, Junge, den Murkel haben wir doch ganz vergessen, der kostet ja auch Geld. Er überlegt, was kostet denn solch kleines Kind, und dann gibt es Entbindungsgeld und Stillgeld und Steuern zahlen wir auch weniger, ich glaube immer die ersten Jahre kostet der gar nichts. Ich weiß nicht, sagt sie zweifelnd, in der Tür steht eine weiße Gestalt. Wollt ihr nicht endlich ins Bett, fragt Frau Mörschel, drei Stunden könnt ihr noch schlafen. Ja Mutter, sagt Lämpchen. Es ist schon alles gleich, sagt die Alte, ich schlafe heute bei Vater, der Karl bleibt heute Nacht auch weg, nimm ihn dir mit, deinen Die Tür schrammt zu, ungesagt bleibt, welchen deinen. Aber ich möchte wirklich nicht, sagt Pinneberg etwas pikiert, das ist doch wirklich nicht angenehm hier bei deinen Eltern. Oh Gott, Junge, lacht sie, ich glaube, der Karl hat recht, du bist ein Bourgeois. Aber keine Spur, protestiert er, wenn es deine Eltern nicht stört, er zögert noch einmal. Und wenn Dr. Sesam sich nun geirrt hat, ich habe nichts da. Also setzen wir uns wieder auf die Küchenstühle, schlägt sie vor, mir tut schon alles weh. Ich komme ja schon, Lämpchen, sagt er reumütig. Ja, wenn du nicht willst. Ich bin Na also, sagt sie, dann passen wir ja zueinander. Das wollen wir gleich sehen, sagt er. Erster Teil Die kleine Stadt Die Ehe fängt ganz richtig mit einer Hochzeitsreise an, aber brauchen wir einen Schmortopf? Der Zug, der um 14 Uhr 10 an diesem August Sonnabend von Platz nach Ducherow fährt, befördert in einem Nichtraucherabteil dritter Klasse Herrn und Frau Pinneberg in seinem Packwagen einen ganz großen Schließkorb mit Emmas Habe, einen Sack mit Emmas Betten, aber nur ihr Bett. Für sein Bett kann er selber sorgen, wie kommen wir dazu? Und eine Eierkiste mit Emmas Porzellan. Der Zug verlässt eilig die große Stadt Platz. Am Bahnhof war keiner, die letzten Vorstadthäuser bleiben zurück, nun kommen die Felder. Eine Weile noch geht es an dem Ufer der glitzernden Streler entlang und nun Wald, Birken an der Bahn lang. Im Abteil sitzt außer ihnen nur noch ein grämlicher Mann, der sich nicht entschließen kann, was er nun eigentlich tun soll, Zeitung lesen, die Landschaft besehen oder das junge Paar beobachten. Überraschend geht er von einem zum anderen über und immer, wenn die beiden sich gerade ganz sicher glauben, werden sie von ihm erwischt. Pinneberg legt ostentativ seine rechte Hand aufs Knie. Der Reif schimmert freundlich. Jedenfalls sind es vollständig legitime Dinge, die dieser Grämling beobachtet. Er sieht aber nicht den Ring an, sondern die Landschaft. Macht sich gut, der Ring, sagt Pinneberg zufrieden. Kann man überhaupt nicht sehen, dass er nur vergoldet ist. Weißt du, ein komisches Gefühl ist es doch mit dem Ring. Ich fühle ihn immer zu und muss ihn ewig ansehen. Bist ihn eben noch nicht gewöhnt. Alte Eheleute spüren ihn überhaupt nicht, verlieren ihn, merken es gar nicht. Das sollte mir passieren, sagt Lämmchen entrüstet. Ich werde ihn merken, immer und immer. Ich auch, erklärt Pinneberg, wo er mich an dich erinnert. Und mich an dich. Sie neigen sich gegeneinander, immer näher. Und fahren zurück, der grämliche Start geradezu schamlos. Keiner aus Ducharow, flüstert Pinneberg, müsste ihn kennen. Kennst du denn alle bei euch? Was so in Frage kommt, natürlich, wo ich früher bei Bergmann Herren und Damen Konfektion verkauft habe, da kennt man alles. Warum hast du das denn aufgegeben? Das ist doch eigentlich deine Branche. Hab mich verkracht mit dem Chef, sagt Pinneberg kurz. Nämchen möchte weiter fragen, sie spürt, hier ist noch ein Abgrund, aber lieber lässt sie es. Alles hat Zeit, jetzt, wo sie richtig standesamtlich getraut sind. Er hat scheinbar auch gerade daran gedacht. Deine Mutter sitzt nun längst wieder zu Haus, sagt er. Ja, sagt sie, Mutter ist böse, deswegen ist sie auch nicht mit zur Bahn gegangen. Eine Hundehochzeit ist das, hat sie gesagt, wie wir weggegangen sind vom Standesamt. Soll ihr Geld sparen, so eine Festfresserei, wo alle nur dreckige Witze reißen, ist mir grässlich. natürlich, sagt Lämmchen, Mutter hätte es nur Spaß gemacht. Haben nicht geheiratet, damit Mutter Spaß hat, sagt er kurz angeboten. Das mache ich nochmal. Haben nicht geheiratet, damit Mutter Spaß hat, sagt er kurz angebunden. Pause. Du, fängt Lämmchen wieder an, ich bin so schrecklich gespannt auf die Wohnung. Naja, hoffentlich gefällt sie dir, Viel Auswahl ist nicht in Ducharot. Also, Hannes, beschreib sie mir nochmal. Schön, sagt er und erzählt, was er schon öfter erzählt hat. Dass sie ganz draußen liegt, habe ich schon gesagt, ganz im Grünen. Das finde ich gerade so fein, aber es ist ein richtiger Mietskasten. Maurermeister Motes hat ihn da draußen hingesetzt, hat gedacht, da kommen noch mehr, aber keiner kommt und baut da. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ist den Leuten zu einsam, 20 Minuten von der Stadt, kein gepflasterter Weg. Also, die Wohnung, erinnert sie ihn. Ja, also, wir wohnen ganz oben, bei der Witwe Scharrenhöfer. Wie ist sie denn? Gott, was soll ich sagen, sie tat ja sehr fein, sie hat auch mal bessere Tage gesehen, aber die Inflation, sie hat mir tüchtig was vorgeweint. Oh Gott, sie wird ja nicht immer weinen. Und überhaupt, das ist ausgemacht, nicht wahr? Wir sind schrecklich reserviert, wir wollen keinen Verkehr mit anderen Leuten haben, wir sind für uns genug. Natürlich, aber wenn sie aufdringlich ist, glaube ich nicht, ist eine richtige feine alte Dame mit ganz weißen Haaren und sie hat schreckliche Angst um ihre Sachen, es sind doch noch die guten Sachen von ihrer Mutter selig und wir sollen uns immer langsam auf das Sofa setzen, weil das noch die gute alte Federung hat, die verträgt keine plötzliche Belastung. Wenn ich da mal nur immer dran denke, sagt Lämmchen bedenklich, wenn ich und die Uhr unter dem Glas Sturz auf dem Vertigo, die sollst du nicht aufziehen und ich auch nicht, das kann sie allein. Soll sie sich ihre olle eklige Uhr rausholen, ich will in meiner Wohnung keine Uhr, die ich nicht aufziehen darf. Es wird schon alles nicht so schlimm werden. Schließlich sagen wir, das Schlagen stört uns, aber gleich heute Abend. Ich weiß ja nicht, solche vornehme Uhren, vielleicht müssen die nachts aufgezogen werden.